Wir haben hier ein drittes Modell, das ist ein bisschen hoch und ich sehe es hier rüber. Ich bin in der Stadt. Ich sehe es hier. Und nachts kam es hier sogar so leuchtet. Es war in so verschiedenen Farben. Aber blau, grün und rot. Da muss ich hin. Und da ist das Empfangsgebäude. Da ist das Empfangsgebäude und nun stehe ich hier vor dem Bahnhof. Und den Aufzug nach unten habe ich wohl übersehen. Denn ich bin da einmal durch, da hinten laufen. Ich stehe mal kurz rein in den Bahnhof. Das ist ein sehr schöner Bahnhof hier, muss ich sagen. Guck ich hier an. Jetzt kommt die wieder raus. Natürlich steht auch Sicherheitskräfte, aber ich meinte, dass man auch Luxemburger Bahnhof schon von uns leben darf. Und wo ist die Sussgera-Zone hier? Das ist eine gute Frage. Das ist die EMG. Da ist jetzt ein Citago Facelift. Und hier vorne die Duolstraße, die auch sehr modern ist. Die man rüber abt. Und auch die Ampeln sehen ja genauso aus wie bei uns. In Deutschland. Die Busse sehen Ampel direkt hier an der Ausstattung. Aber sonst sieht alles genauso aus wie bei uns. Und da ist das Bahnhof. Der Bahnhof. Und auch im Stadtwerk braucht man für gar keinen Ticket mehr einfach einsteigen. Und dann ist es um sie gefahren. Perfekt. So muss es auch sein. Der kostenfreier Nachwerk hier in Luxemburg ist wirklich nur Möglichkeit. der Stadion, der ihr kriegt. Da ist die neue Stadion von den Holzen. Perfekt. Perfekt, auch die Stadion. Perfekt. 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 Vielen Dank.